Die Kantonsschule Romazorn stellt Ihnen für Ihre größere schriftliche Arbeit eine Word-Vorlage zur Verfügung. In dieser Vorlage sind die Formatvorlagen bereits eingerichtet. Den Titel Ihrer Arbeit können Sie zum Beispiel bei Titelblatt hineinschreiben. Die Formatvorlage Titel ist bereits korrekt eingestellt. Dasselbe gilt auch für die anderen Formatvorlagen, wie die einzelnen Überschriften oder das automatisierte Inhaltsverzeichnis. Wenn Sie also die Überschriften Ihrer Arbeit eingeben, sind die Formatvorlagen schon vorgewählt. Das Inhaltsverzeichnis ist ebenfalls bereits eingerichtet und muss nur noch aktualisiert werden. Das Inhaltsverzeichnis